Schon zu Beginn der Menschheit war eines klar, man sollte nicht nackt durch die Straßen laufen. Kleidung wurde immer wichtiger. Kleidung ist schon immer eins der größten Themen der Menschheit. Jeder Mensch braucht mindestens... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Fünf Kleidungsstücke, um sich ausreichend zu bedecken. Niemand will seinen Schniedelwutz oder andere Dinge irgendwie draußen rumhängen haben. Das will auch keiner sehen, ne? Und deshalb, meine Damen und Herren, verkaufen wir heute Kleidung. Im Kleidungsladensimulator. Oder wie ich es so schön nenne, der H&M Simulator. Intro. Wir haben kein Budget für Intro. Deswegen bitte abonnieren. Danke. Wir werden die erfolgreichste Brand auf diesem Planeten aufbauen. Ich wurde von meiner Mutter enterbt. Gehen Sie an den Computer und bestellen Sie Ihr erstes Produkt. So, Jöt. Wie viel haben wir denn? 1000 Euro. Oh Mann. Wir kaufen einen. Und einen Rock machen wir noch dazu. In den Warenkorb. 500 Tacken, die gebe ich aus. Da ist doch schon der Lieferwagen. Ah, ja. Hier sind unsere Kleider. So, dann würde ich sagen, packen wir die ganzen. Hier. Da hängen doch schon die ersten. Das ist ja der Hammer. Wir kaufen Möbel. Hier. Wir kaufen noch Kleiderstangen. Zwei Kleiderstangen und ein Fitting Room. Jetzt sollten wir eigentlich happy sein. Ey, das wird so geil. Zack. So, der Fitting Room. Ich würde sagen, den packen wir mal hier hin. Direkt daneben. Oppa. Falsch rum. Der heilige Geist kam aus mir raus. Ich habe den heiligen Geist geschissen. Sie haben gelernt. Ich mache ihn. So. Steht doch. Jut. Ich glaube, wir sind bereit, oder? Legen Sie den Produktpreis von Ihrem Computer fest. Guck mal, hier können wir auf 40 gehen. Bei dem Kleid gehen wir mal auf 55. Und beim Rock gehen wir auf 40. Wir machen nämlich Wucherpreise. So, eröffnen Sie jetzt Ihren Shop. Das machen wir. Ich versuche, mich zurückzuhalten. Jeder kann sich ja kleiden, wie er will. Sie sehen scheiße aus. Das ist gemein. Sie sehen richtig scheiße aus. Hier, so ein schönes Kleidchen. Ja. Er steckt erst mal seinen ganzen Kopf in die Stange rein, Junge. Zack. Hallöchen. Bip, bip. Das ist ja der Hammer. Jetzt wissen Sie, was zu tun ist. Das ist ja perfekt. So, junge Dame. Gefallen Ihnen die Klamotten? Ja. Ja? Können Sie die einpacken? Ja, kann ich Ihnen in den Warenkorb. Bing, bing. 80 Tacken in meinen Warenkorb. So. Er nimmt sich auch nochmal ein Kleid. Schöne Frisur auch, ne? Ich hasse seine Schuhe. Liegt vielleicht daran, dass ich ihn einfach hässlich finde. So. Bip, bip, bip. Schönen Tag. Wir müssen versuchen aufzupassen, dass wir hier nicht so aus der Stänge schlagen, ne? Das ist denn das für eine scheiß Latzhose. Was denken Sie denn, wer Sie sind? Die habe ich von meiner Oma geerbt. Kein Modegeschmack. Bitte schön. Die sind ja schön. Digga, wie viele Kleider willst du denn noch? Das Material juckt an der Haut. Und? Hat sie ihn gefallen? Bitte schön. Alter, wir haben jetzt schon so viel Kohle. Sie macht erstmal einen kleinen 360. Bitte schön. Wir sind jetzt schon wieder bei unseren 1000. Das ist ja der Hammer. Gut, ich würde mal neu bestellen. Die Kleider sind leer, aber sind ja direkt wieder da. Boom. So. Ah, das geht nicht. Wir werfen die erstmal hier rein. Nicht klauen, bitte. Da. Das ist doch Billie Eilish. In meinem Laden. In meinem kleinen Laden hier. Drücken Sie N, um einen neuen Tag zu Beginn. Das mache ich. Bitte schön. Schönen Tag. Das war doch erfolgreich. So, was haben wir denn heute? 13 Kunden. Zufriedene Kunden davon 12. Ein Produkt konnte nicht gefunden werden. Das ist schade. Das werde ich mir als Feedback nicht aufschreiben. Gesamtumsatz. 1235. Neues Gleichgewicht. Was auch immer das sein soll. So. Ah. So, können wir mal auffüllen hier? So. Oh Mann, der kam von ganz unten. Bitte schön. Nö. Bip, 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 bip. Ah. Entschuldigung. Nicht, bitte. Nicht. Ich muss, das musste ganz kurz raus. Es war hier so wenig passiert. Brauchen Sie eine Empfehlung. Ich kann Ihnen etwas empfehlen, wenn Sie wollen. Jeder Kunde bekommt 5% Rabatt, wenn Sie sagen H&M. Mein Name ist Ben. Und jetzt. Opa. Macht bisher richtig Spaß. Tim, ich hasse alles hier dran. Es ist so langweilig. Nichts passiert, Tim. Mach mal Editing aus. Mucke aus. Alles aus. Lass das einfach mal laufen, Tim. Bro, hier passiert... Es passiert gar nichts. Gar nichts. Das ist unser Lebenstraum. Ich muss dich auch irgendwie ernähren, mein Junge. Morgen stellen wir hier ein bisschen was um. Gucken mal, ob wir ein bisschen Deko finden. Und dann werden wir hier richtig schön reinpähen. Jetzt haben wir ein bisschen Kohle. Marken. Oh. Mann Keuchen. Mann Schweißhemd. Guck mal, wir können hier mal ein Geschäft machen. Und dann kaufen wir mal nochmal neue Shaves. So. Und jetzt Produkte. Hier, guck mal. Oh. Das ist für Männer. Ein schönes Schweißhemd. Mann T-Shirt. Mann Keuchen. Oh, 600 Tacken. Wir optimieren jetzt richtig hart rein. Boom. Tim, siehst du, wie ich am Zocken bin? Das Erste, was sie sehen. Boom. Erschlagen. Auswahl. Und direkt der Weg zu der Kasse. Und zack, wieder raus. Das kann nur gut gehen. Äh. Da war ich wieder zu gierig. Kommt rein. Das ist doch nicht wahr. Wo will denn die jetzt hin? Oh, nee. Das geht so nicht. Wir müssen umdisponieren. Die geht auf die andere Seite, um zu checken. Auf die andere Seite. Ist okay. Ist okay. Wir haben es gefixt. So. Jetzt sollte man alles so schnell wie nur möglich erreichen können. Wir haben ja hier auch immerhin eine Umkleide. Hereinspaziert. Zack. Und. Guter. Guter. Er hat sich direkt zwei geholt. Schnell abgewickelt. Oh, mittlerweile. Guck mal. Zoom mal. Zoom mal. Bei jedem Einkaufen. Zoom mal hier ran. Ich kann das mittlerweile speedrunnen. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Auf meine Hände. Auf meine Hände. Digga, ich bin so am speedrunnen. Wir sind Stufe 3. Wir sind Stufe 3. Was können wir jetzt kaufen? Wir können die nächste 5x5-Bereich. Was ist denn ein 5x5-Bereich? Scheiße. Wir haben jetzt einen neuen Bereich hier. Oh, no. Wir brauchen mehr Kunden. Apo. Brett, Junge. Digga, will er mich... Kurz das für die Sixty einmal geflext. Zack. Bitteschön. Für die Freunde war es mitgebracht. Sehr schön. Guter Einkauf. Sehr schön. Bitteschön. Guck mal. Kunden nach Kunden kommen hier rein. Wir haben fast... Stufe 4. Let's go. Bei Stufe 7 können wir eigene Designs machen. Das ist unser Ziel erstmal. Und dann verkaufen wir die geilste Kleidung Deutschlands. Dann reißen wir den Laden ab. Ja, auf dem Weg zur Stufe 7 hat Sebastian noch viel erlebt. War gelogen. Ja, er hat sich halt nur ein paar Blumentöpfe gekauft und ein paar Mannequins. Und hat die platziert. Ja. Habt ihr schon mal Currywurstpizza gegessen? Ich schon. Naja. Jetzt ist er Stufe 7. Wir sind Stufe 7. Wir sind fucking Stufe 7. Let's fucking go. Let's go. Design bearbeiten. Oh my fucking God. Das ist ja fucking genial. Wir machen Unisex T-Shirt. Wir können halt, wer das liest, ist doof T-Shirts anbieten. Da bin ich halt ehrlich. Das könnten wir halt machen. Oh, ich hab ne ganz andere Idee. Wir könnten allerdings auch... Wäre das zu heftig? No fucking way. Oh ne, das machen wir noch nicht. Speziell importieren. Wir können unser eigenes Bild drauf machen. Der sieht wunderbar aus. Quasi Kunst. Und den drucken wir jetzt aufs T-Shirt. Warte. Und dazu... Yo. Das nehmen wir. Das Ehrenmann-Shirt wird richtig krass vom Markt gehen. Ich sag euch, wie es ist. Also, wir brauchen Kleiderständer. Neue. Da holen wir jetzt die richtig guten. I don't care. Boom. Ja, Mann. Ehrenmann. Let's go. Da hängen sie. Ehrenmann. Das ist ja der Hammer, Alter. Das ist die beste Funktion bisher. Ehrenmann. Wir können es auch dem Schaufenster-Breh abnehmen. Und wir ziehen ihm so ein schönes Stärzig-Shirt an. Stell dir vor, Junge, du kommst in so einen neuen Laden rein. Du guckst dich so ein bisschen um. Oh, schön. Und dann Ehrenmann. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Verkauf. Wie viel würden das Produkt 50 Tacken genehmigen? Das müsste jetzt theoretisch weggehen wie warme Semmel. Wir gehen in den Verkauf. Let's fucking go. Das neue Ehrenmann-T-Shirt. Hier bei Sebastian S&S. Oh, nee. Das machen wir nicht. Sterzigs Textilausgabe. Ehrenmann. Komm, gönn, bitte. Ja! Er hat ein Ehrenmann-T-Shirt. Let's fucking go. Digga, die kaufen alle das Ehrenmann-T-Shirt. Das ist der absolute Wahnsinn. Junge, hier ist es. Zwei Ehrenmann-T-Shirts. Let's fucking go. Noch jemand ein Ehrenmann-T-Shirt? Vielleicht? Als ob da jemandem das Ehrenmann-T-Shirt nicht gefallen hat. Enttäuschend. Wirklich. Aber er hat eins gekauft, immerhin. Hast du ein Ehrenmann-T-Shirt? Ey! Digga, wem bist du hier fickt? Ey, Apo. Bitte sag mir, du hast ein Ehrenmann-T-Shirt. Oh, nee. Oh, nee. Apo, R-E-D. Der echte hat ein Ehrenmann-Shirt. Alter, schaut euch mal an, wie der Bestand geschrumpft ist von unseren Shirts. Das ist ja ehrenlos. Alter Schwede. Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben heute einen richtig geilen Shop aufgebaut. Ich bin zufrieden. Kauft euch das Ehrenmann-Shirt und lasst ein fucking Abo da. Ansonsten muss ich euch leider vor die Hunde werfen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt doch gerne Ehrenmann in die Kommentare. Schreibt es sofort da rein. Und wenn ihr schon da unten seid, lasst ein Like da. Ich freue mich auf euch. Und wenn ihr neu seid, Abo. Ihr wisst schon. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Es war mir eine absolute Ehre. Bis dann. Ich gehe jetzt. Tschüss. Tschüss.